Hi Leute, hier ist Sebastian Glöckner und ich habe euch heute mal die besten Tipps fürs Homeoffice zusammengesammelt. Ich arbeite ja schon länger im Homeoffice, also immer mal wieder. Ich habe das schon 2014, 2013 oder so für gekämpft, bevor es cool war, bevor es alle gemacht haben, weil ich halt auch glaube, dass man viel Zeit damit sparen kann. Das erste, berichte dir einen bequemen Arbeitsplatz ein. Ja, klingt nach einer Binsenweisheit, aber ich kann dazu sagen, jetzt nach den vielen Jahren, ich habe ja auch mein Studium im Prinzip fünf Jahre lang im Homeoffice gemacht, bin Diplom-Informatiker und habe alles zu Hause gelernt. Und ein bequemer Arbeitsplatz damit ist halt gemeint, dass du, es muss auch nicht unbedingt ein Büro sein. Viele von uns haben auch gar kein Büro, weil sobald du Kinder kriegst, jedes Kind braucht ein eigenes Zimmer oder manchmal teilen sich die Kinder ein Zimmer, weil einfach nicht genug Zimmer da sind. Wenn du Glück hast, hast du vielleicht einen Keller oder so, wo du dir ein Büro einrichten kannst. Ansonsten sind wir gezwungen, uns einen Arbeitsplatz einzurichten. Zum Beispiel, ich habe da so Ecken, wo ich das mache. Zum Beispiel hier, wo ich jetzt sitze, das ist so eine bequeme Ecke im Kinderzimmer, wo ich immer mal gerne arbeite. Oder ich habe noch eine Ecke im Schlafzimmer mit so einem großen 27 Zoll Monitor, wo ich total gerne arbeite. Auf jeden Fall ist es besser, als irgendwie immer nur im Bett zu sein. Zweitens, du brauchst Routinen und am besten einen Zeitplan. Damit ist gemeint, also du brauchst Routine. Also es macht halt schon Sinn, wenn man nicht so in den Tag hinein lebt. Wenn man überlegt, zumindest eine bestimmte Anzahl von Stunden, die man arbeiten will, am Tag netto. Ja, dass du zum Beispiel sagst, mit einer Uhr, mit einer Stoppuhr, so und so viele Stunden versuche ich netto zu arbeiten. Da komme ich gleich noch dazu. Am besten ist es aber, wenn du wirklich Routinen hast, wenn du zum Beispiel sagst, ich mache das hier zum Beispiel, nur E-Mails antworten, dann mache ich eine Stunde oder zwei komplett ohne E-Mails, wo ich überhaupt nichts mache. Gleich kommen wir noch zum Thema Ablenkung. Ja, oder also, dass du halt, dass du halt auch so ein Gefühl von Fortschritt hast, so ein Gefühl von Progress, dass du eben, sonst verfliegt der Tag einfach so. Dass man eben einfach so, dass der Tag einfach verfliegt und man denkt eben, na okay Gott, jetzt ist schon wieder zwölf Stunden vergangen und ich habe irgendwie gar nichts gemacht. Da muss man dagegen arbeiten. Und jetzt kommt das, was ich gerade gesagt hatte, auf Ablenkungen achten. Zum Beispiel so ein Kind, was immer sehr ablenkt. Wenn die in der Schule sind, natürlich nicht, aber es gibt ja noch tausend andere Ablenkungen. Zum Beispiel, es klingelt an der Tür, Spülmaschine muss leer geräumt werden, überall. Man sieht auf einmal, es ist schmutzig, ich muss putzen, ich muss die Wäsche machen oder sonst irgendwas. Oder natürlich auch private Sachen, von privaten WhatsApp-Chats. Können wir auch mal gerne reden. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, jetzt bei den neuen iPhone-Versionen, bei Android wahrscheinlich gibt es schon ewig. Das ist ja meistens so, dass man so Profile einstellt, zum Beispiel, dass Benachrichtigungen ausgeschaltet werden. Also, dass eben keine Push-Nachrichten kommen. Und ich kann eben hier nur raten, deswegen die Sanduhr, dass man sich wirklich die Zeit misst, dass du wirklich sagst, wie viel Zeit am Tag arbeite ich tatsächlich netto effektiv. Und bei mir ist es dann so, ich habe dann so eine Stoppuhr, wenn ich dann mal wirklich mal irgendwie Müll rausbringe oder so, mache ich die auch auf Stopp. Hier ein schönes Zitat, du musst nicht nur das Richtige tun, sondern auch das Falsche unterlassen. Ich verlinke euch gleich mal die Bücher, die ich hier zur Hilfe genommen habe, die mir geholfen haben, das hier nochmal rauszuarbeiten, sind Affiliate-Links. Würde ich mich freuen, wenn ihr mal da draufklickt auf die Links. Also, nicht nur das Richtige tun, sondern auch das Falsche unterlassen. Wenn ich an und auf mein Handy gucke und alle zehn Sekunden vibriert das Handy und ich gucke immer so, ah ja, okay, dann, ihr kennt ja bestimmt diese Untersuchung, dass man bekifft, besser arbeitet im Schnitt, als wenn man die ganze Zeit aufs Handy guckt. Ja, da könnt ihr euch überlegen, was ihr in Zukunft lieber macht. Also, das sind halt schlechte Angewohnheiten. Man guckt aufs Handy, man denkt, naja, gut, okay, aber wenn ihr sagt, zum Beispiel wohl die Waschmaschine leerräumen, dann macht das doch zum günstigen Zeitpunkt, wenn ihr sowieso eine Pause braucht. Ja, manchmal lasse ich da wirklich den ganzen Tag meine, wie meine Spülmaschinen, da liegen sie total schlimm aus, aber ich denke mir, ich mache das, wenn ich sowieso eine Pause brauche. Ja, jetzt genau versuche, jetzt versuche zu erkennen, wenn du abgelenkt bist, das ist auch so ein bisschen, man muss auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, wann bin ich abgelenkt. Also, zum Beispiel, wenn ich bei jemand anders sehe, das Handy vibriert, gucke die ganze Zeit aufs Handy und jede Ablenkung verschwendet halt extrem viel Zeit. Also, das bedeutet, dass du, man ist sich gar nicht bewusst, wenn du die ganze Zeit aufs Handy guckst oder nebenbei irgendwie auf dem iPad irgendwie Spiegel online oder was weiß ich, irgendwas machst oder immer wieder aufstehst und so. Du bist dir gar nicht bewusst, wie viel dich das eigentlich kostet, kann ich dir sagen. Ja, und was ich eben noch gesagt hatte, jetzt auch noch mal deine natürliche Zeiteinteilung. Also, ich kann nicht sagen, dass, also man muss es für sich selbst finden. Manchmal mache ich zwei Stunden Pause mitten am Tag und arbeite dann abends weiter. Ja, oder manchmal denke ich mir, ich habe einfach keine Lust da jetzt heute darauf. Ich mache das am Wochenende lieber in Ruhe. Du musst es dann aber auch machen. Also, man muss auch sich so ein bisschen vertrauen. Ich arbeite zum Beispiel lieber später in den Abend hinein, manchmal auch nachts und stehe dafür später auf. Und ich habe heute immer noch manchmal so ein schlechtes Gewissen, so nach dem Motto, ja, das geht doch nicht, dass du erst um halb zehn da irgendwie aufstehst oder so. Aber ich bin halt da viel, viel produktiver und du kannst halt nicht beides haben. Du kannst nicht bis drei Uhr nachts wach sein und bis drei Uhr nachts arbeiten und dann um acht Uhr morgens wieder aufstehen oder so. Und das ist mit gemeint mit natürlicher Zeiteinteilung. Ja, noch ein kleiner Hack. E-Mails nicht so oft lesen. Ich weiß, dass viele von euch kenne das schon längst von Tim Ferriss, Vier-Stunden-Woche. Das Buch muss ich auch verlinken. Das habe ich damals 2008 oder so im Thailand-Urlaub gelesen und habe gedacht, krass, da ist mir wirklich ein Licht aufgegangen. Das ist auch diese Geschichte mit diesem Blick, der Bekiffte ohne E-Mails arbeitet besser als der Nüchterne mit E-Mails. Natürlich musst du alle E-Mail-Benachrichtigungen unten rechts ausschalten und alle Geräusche und alles. Das ist klar. Aber auch dann, man darf nicht alle fünf Sekunden drauf gucken. Und ich habe es mir wirklich so über die Jahre angewöhnt, dass ich manchmal stundenlang nicht in meine E-Mails reingucke. Und wenn, dann mache ich First in, First out. Das heißt, die E-Mail, die jetzt kommt, muss nicht als erstes beantwortet werden, nur weil sie oben ist, sondern die wird eingeplant dann zum Beispiel für morgen. Weil heute mache ich ja die E-Mail von gestern, wenn ihr versteht, was ich meine. Sonst ist es ja andersrum. Genau, Bonustipp. Nochmal Mitteilungen bitte auf dem Handy deaktivieren. Bei Android gibt es wahrscheinlich schon fünf Jahre. Bei iOS ist es neu. Da kannst du halt einstellen, so Profile zum Beispiel arbeiten, dass du zwar telefonisch erreichbar bist und und und, aber dass zum Beispiel keine Nachrichten sind. Man kann sogar diese Mitteil des Badges ausstellen, also diese rote 1, die da in dem App-Symbol steht oder 1, 2, 3, 4, 5. Man kann sagen in dem Profil bitte keine Badges. Das heißt, selbst wenn ich hier die ganze Zeit auf den Home-Bildschirm gucke, dann sehe ich überhaupt keine, dann sehe ich nicht, ob mir jemand geschrieben hat. Das sind total so Tricks, aber es funktioniert. Und deswegen möchte ich dieser Sache nochmal einen Extratipp. Natürlich ist es noch besser oder es ist zusätzlich gut, wenn man das Handy so zwei Meter oder so weg legt, dass man nicht dran kommen, weil du ja halt die ganze Zeit, da kommt ja eine Nachricht hoch, weil du ja halt die ganze Zeit abgelenkt bist. Genau, Links und Buchtipps, siehe Beschreibung. Freut mich, dass ihr es euch angehört habt. Bitte abonniert auf jeden Fall den Kanal und schreibt unten drunter, wozu ihr sonst noch gerne Hacks und Tipps hättet. Macht's gut und bis bald, euer Sebastian Glöckner.